Ähm, Leia, eine Frage habe ich, fühlst du dich auch irgendwie so schwach? Ja, das tue ich, ich kann kaum meinen Körper halten. Oh ja, ich kann auch kaum meinen Körper halten, äh, warte mal, Leia, wie läufst du denn bitte rum, schau nur, wie wir aussehen, oh nein. Du hast recht, wieso sehen wir denn bitte so aus? Ich habe absolut keine Ahnung, aber wie es aussieht, sieht hier jeder so aus, Freunde, ich fühle mich sowas von schwach, oh, warte mal, Leia, ich habe eine Idee, in dem heutigen Roblox-Spiel müssen wir extrem stark werden. Extrem stark? Aber das ist doch unfair, du bist doch ein Junge, du kannst viel stärker werden. Äh, warte mal, das stimmt doch gar nicht, Leia, ich meine, wir sind gerade genau gleich stark. Schau mal, wir haben einfach Hanteln und Hauruck, wow, schau mal, ich kann trainieren, Hauruck, ich werde immer stärker, Freunde, bap, bap, bap. Oh ja, du hast recht, weißt du was, Oxi, ich fordere dich heraus. Warte mal, du willst mich herausfordern? Oh nein, Leia, das glaube ich jetzt nicht, oder? Ich werde viel, viel stärker als du wären am Ende, schau mal, ich habe schon plus neun. Was, du hast schon plus neun? Ich werde dich trotzdem besiegen, na los, na los, na los. Warte mal, oh nein, oh nein, oh nein, ich muss schnell viel, viel schneller Hanteln heben. Oh wow, Freunde, schaut euch das mal an, noch mal plus neun Stärke, Hauruck, Hauruck. Oh man, das wird echt schwierig, nicht wahr? Oh ja, du hast recht, weißt du was, ich habe schon 50 Stärke. Warte mal, was, 50 Stärke, oh man, Freunde, na los, na los, na los, ich werde viel, viel stärker. Ja, äh, einen Moment, Leia, siehst du das? Oh, schau dir fast mal an, wie stark der da oben schon geworden ist. Oh ja, du hast recht, weißt du was, ich werde genauso stark und dann werde ich dich umhauen. Du wirst genauso stark, ich werde genauso stark. Okay, na los, Freunde, wir müssen irgendwas finden, wie ich noch viel, viel stärker werden kann. Hm, das reicht wohl nicht. Ah, ich weiß, ich gehe zu den Hantelbänken. Wow, Freunde, schaut euch das mal an, ich kann hier einfach Bankdrücken machen und Hauruck, und Hauruck, und Hauruck. Wow, schaut euch das mal an, hier kriege ich noch viel, viel mehr Stärke. Ah, na los, na los, na los, und Leia, haha, wie war es bei dir, ich werde gerade schon total stark. Ich bin schon bei 102 Stärke, und du? Warte mal, was, bei 102 Stärke, oh man, Freunde, wie hast du das bitte so schnell gemacht, Leia? Oh nein, oh nein, oh nein, ich muss auch viel, viel stärker werden. Wow, Freunde, schaut euch das mal an, ich bin schon etwas breiter geworden. Äh, warte mal, hier vorne ist ein Laufband, siehst du das, Leia? Oh, das mache ich direkt natürlich, und... Ja, ich sehe es. Oh, Leia, schau dir das mal an, da, 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 wie schnell bin ich, hm? Oh, ah, du bist eigentlich schon voll schnell, aber lass mich mal drauf. Dich mal drauf, warte ganz kurz, oh oh, Freunde, schaut euch das mal an, ich werde jetzt nur was von meinen Beinen trainieren. Da, 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 da. Na los, ich werde noch bis 5 durchziehen. Oh, was ist das denn? Ich kann nicht mehr, Leia, ich kann nicht mehr, oh man, oh man, oh man, Freunde, lasst jetzt alle ein Like da unten. Zack, 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 zack. Oh, zack, 5, oh, oh, ich kann nicht mehr, ich bin echt fix und fertig. Okay, jetzt bist du dran, Leia. Hm, okay, ich bin jetzt dran, aber siehst du das, ich habe schon ein paar Muskeln und du nicht. Warte mal, was, oh wow, du siehst echt schon extrem stark aus. Oh man, Freunde, ich muss mir irgendeinen Trick überlegen. Was, aber wie schnell ich schon bin, Oxi? Wow, warte mal, du nimmst das Laufband, oh man, das kann doch nicht sein. Ey, er ist einfach schon viel stärker als ich. Oh man, Freunde, ich kann mir das echt nicht gefallen lassen. Wartet mal, ich habe eine Idee. Ich werde jetzt einfach ein wenig cheaten, schaut euch das jetzt an. Freunde, schaut euch das mal an, ich kann mir einen Eiweißriegel für nur 15 Robux kaufen. Und damit kriege ich einfach plus 100 Stärke. Okay, das ist ein Schnäppchen, das werde ich direkt machen. Und badum, 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 let's go, Mann. Ich habe jetzt plus 100 Stärke bekommen und direkt essen. Ham, 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 und bam, ey. Freunde, schaut euch das mal an, ich bin jetzt schon etwas größer geworden. Leia, schau mich mal an. Hm, was ist denn los? Äh, warte mal, du bist ja viel stärker geworden. Oh ja, schau mal, ich bin schon extrem breit und groß geworden. Wow, Freunde. Und hau ruck, ich werde viel, viel stärker als du, Leia. Ich habe es dir doch gesagt. Ja, was sagst du denn da? Schnell beeilen, schnell beeilen. Dafür bin ich bisher schneller als du. Aber wie bist du eigentlich so schnell wieder so stark geworden? Wie ich so schnell so stark geworden bin? Naja, ich weiß es auch nicht. Ich habe halt so meine Geheimnisse. Oh Mann, wow, Freunde, der Eiweißriegel hat sich so was von gelohnt. Na, los, mal weiter trainieren. Okay, Leia, äh, warte mal, siehst du das? Oh ja, ich sehe das. Warte mal, eine Schlägerei beginnt. Eine Schlägerei beginnt auf Magma Ring. Willst du beitreten? Oh ja, wir wollen beitreten. Oh, mal schauen, was wir jetzt machen können. Leia, wo sind wir hier bitte, hm? Hm? Ich weiß es nicht, vielleicht müssen wir kämpfen. Oh, aber gegen wen müssen wir bitte kämpfen? Äh, warte mal, Leia, kann es sein, dass wir gegeneinander kämpfen müssen? Oh ja, du hast recht, Na, los, ich bin ready. Äh, warte mal, Leia, mach das so, wer kommst. Oh nein, Freunde, ich muss jetzt einfach gegen Leia kämpfen. Hör zu, wir können auch mal darüber reden, ja. Äh, warte mal. Leia, du musst jetzt kämpfen, nicht wahr? Ja, du hast recht, aber wo bist du? Ah, da bist du, Na, los, kommst du, Leia, da, 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 da. Leia, ich kriege dich so was von, ah, zack, zack, zack. Autsch, oh, 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 Mann, ich bin erster geworden. Oh Mann, ich war so knapp hinter dir. Oh, oh, Freunde, ich habe einfach gegen Leia gewonnen. Haha, Leia, ich bin ein wenig stärker als du, daran sieht man das. Na, ich werde jetzt weiter trainieren und hau rück, hau rück. Oh ja, Freunde, ich muss auch noch viel, viel stärker werden. Schaut euch das jetzt an, ich klaufe doch dieses Laufband. Hier, da, 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 da. Okay, na, los, na, los, ich werde der Schnellste. Hm, Axi, was machst du denn dort? Äh, warte mal, oh, hi, Leia, äh, einen Moment, warum bist du auf einmal so stark geworden? Du bist ja schon wieder größer als ich. Oh Mann, Axi, schau mal, wie groß ich jetzt bin und viel, viel stärker als du auch. Oh, wow, du bist echt total stark geworden. Oh Mann, ey, wie hast du das bitte so schnell gemacht? Oh, das kann doch echt nicht sein. Ja, ich habe halt eben trainiert und jetzt kommt das Laufband. Oh Mann, ey, das kann doch echt nicht sein. Ich muss immer mehr trainieren. Da, 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 äh, warte mal, hier ist irgendeine Kuh. Ah, mich hat gerade eine Kuh attackiert, Leia, pass auf. Hört mich, alle attackiert sie auch. Was will denn die Kuh denn von mir? Mann, was will bitte eine Kuh von uns, Freunde? Naja, egal, jetzt, wo Leia abgelenkt ist dort vorne, kann ich mir noch etwas kaufen, Freunde. Und dann werde ich auf jeden Fall viel, viel stärker als Leia, da bin ich mir total sicher. Und an dieser Kuh werde ich mich auch rächen. Wow, Freunde, schaut euch das mal an. Ich kann mir einfach einen Protein-Scheck für nur 149 Robux kaufen. Und damit kriege ich plus 1000 Stärke. Okay, das ist sowas von ein Schnäppchen. Und mal schauen, was jetzt passieren wird. Bam, bam, bam. Und, oh, zack, 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 zack. Oh, Freunde, schaut mich mal jetzt an. Oh, Mann, wie sehe ich denn bitte aus? Na los, wo seid ihr, Kleinkür? Wer von euch war das vorhin? Aua, das hat gerade echt weh. Da, 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 da. Na, Leia, was sagst du? Wie sehe ich aus, hm? Und, zack, äh, warte mal, Oaxi. Was ist bitte bei dir passiert? Oh, ja, Leia, ich habe ein bisschen trainiert. Deswegen bin ich jetzt total stark geworden. Haha. Was, wie bist du denn bitte so schnell stark geworden? Tja, Leia, ich habe halt ein wenig trainiert, wie ich schon gesagt habe. Wow, Freunde, schau mich mal an, wie stark ich einfach geworden bin. Äh, Leia, ist alles gut bei dir? Oh, Mann, dieser Typ kam einfach so plötzlich aus dem Himmel. Oh, Mann, was soll das denn bitte? Oh, wow, Freunde, schau direkt jetzt mal an. Denkt ihr, dass ich jetzt auch boxen kann? Oh, ja, und ziehe ich dich mal an der Kuh. Oh, an der Kuh, du hast recht. Ab geht's zur Kuh, Freunde. Da, 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 da. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, was passiert, wenn ich 10.000 Stärke habe? Ich habe gerade erst 1.000 Stärke, aber wir werden auf jeden Fall noch 10.000 holen. Okay, komm her, Mr. Kuh, jetzt zeige ich dir, wo der Hammer hängt. Oh, obwohl die Kuh ist echt noch ein bisschen zu stark. Ähm, Leia, ich glaube, ich muss mich noch stärker machen. Schaut nur, was die Fett macht. Leia, renn weg. Oh, nein, du hast recht schnell zu dir. Oh, Mann, aber ich werde auf jeden Fall noch stark genug, um die Kuh da vorne zu besiegen. Warte ab. Okay, Leia, ich muss noch viel, viel mehr trainieren. Oh, ja, ich auch. Schau mal, ich bin schon super, super stark. Oh, wow, stimmt. Du bist auch schon auf dem Laufband. Warte, ich will auch aufs Laufband rauf. Geh mal da kurz weg, Leia. Zack, zack, zack. Ich will da hin. Oh, schau dir das mal an, wie ich ja am Laufen bin. Oh, Oxi, seit wann bist du denn bitte so schnell? Oh, ja, ganz genau. Zack, 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 zack. Ich muss immer schneller werden. Hau ruck, hau ruck, hau ruck, hau ruck, hau ruck. Und ich werde auch viel, viel schneller. Was, Oxi? Du bist ja schon super, super schnell und stark. Warte, ich muss auch weiter trainieren. Warte mal, du willst auch weiter trainieren, aber stärker als ich wirst du niemals. Hau ruck, Freunde, hau ruck, Freunde. Freunde, ich will sagen, jetzt ist wieder meine Chance. Lasst alle jetzt ein Abo da. Innerhalb der nächsten drei Sekunden werde ich mir noch mehr Eiweiß kaufen sollen. Na los auf drei, Freunde. Eins, zwei, drei. Und wow, ihr habt alle abonniert. Vielen, vielen Dank. Okay, mal schauen, was ich mir jetzt als nächstes kaufen kann. Wow, Freunde, schaut euch das mal an. Ich kann mir einfach ein Energiegetränk kaufen. Und damit werde ich extrem, extrem schnell. Okay, das mache ich direkt. Und tack. Wow, Freunde, schaut euch das jetzt an. Ich werde das direkt trinken. Oxi, du magst vielleicht stärker sein als ich, aber dafür bin ich schneller als du. Warte mal, das kann echt sein, aber jetzt nicht mehr. Und zack, 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 zack. Schaut euch das jetzt an, wie schnell ich rumschlagen kann, Leia. Schau, ich kann viel, viel schneller als du jetzt rumschlagen. Was, was sagst du denn da? Niemals ist das so. Oh doch, schau dir das jetzt an. Komm her, Leia, wir kämpfen gegeneinander. Was? Und Tauro, komm her, komm her, komm her. Und bam, ey, wow, mit einem Schlag. Und da vorne ist die Kuh. Oh Mann, ich werde sie auf jeden Fall noch besiegen. Aber dafür muss ich noch mehr trainieren. Wow, Freunde, schaut euch das jetzt an. Ich werde jetzt nochmal Bankdrücken machen. Und zack, und schaut euch das mal an, wie groß ich einfach schon bin. Wow, Leia, siehst du das? Oh ja, ich sehe das, Oxi. Du bist ja super, super stark geworden. Oh ja, das stimmt. Bam, 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 Freunde, schaut euch das nur an. Warte mal, eine Schlägerei beginnt. Oh ja, ganz genau. Wollen wir daran teilnehmen? Oh ja, ich will nämlich gegen dich kämpfen. Na los. Warte mal, gegen mich kämpfen. Okay, Leia, dann bin ich wohl echt gespannt. Da vorne bist du. Bist du sicher, dass du mich besiegen kannst? Oh ja, ich bin ganz sicher. Schau, wie stark ich jetzt bin. Warte mal, wow, das stimmt. Du bist echt extrem stark geworden. Okay, na los, Leia, lass uns jetzt kämpfen. Na los, na los, na los. Komm schon her, komm schon her, komm schon her. Oh ja, ich bin bereit. Na los, komm her. Oh ja, ich werde herkommen. Oh Mann, Freunde, schaut euch das mal an. Leia denkt echt, dass die gegen mich eine Chance hätte. Und, zack, zack, zack. Autsch, äh, warte mal. Was sollte das denn bitte, Leia? Wie hast du das denn bitte gemacht? Ach, ja, ich bin eben die Stärkste. Oh Mann, was sollte das was? Er hat einfach gegen mich gewonnen. Oh Mann, das kann doch echt nicht sein, Freunde. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns noch mehr Stärke holen. Na los, Freunde, was hole ich mir? Und die. Äh, warte mal, warte mal schnell ausmachen. Äh, ja, hi, Leia, hast du irgendwas gesehen, oder? Hm, was soll ich denn gesehen haben? Ach so, nichts, alles gut, Leia. Was machst du denn gerade? Wo sind wir hier bitte? Weißt du was? Ich habe dich hierher gebracht, damit wir ein Klimmzug-Battle machen. Oh, Klimmzüge, oh wow, das kann ich total gut. Okay, schau dir das jetzt an, Leia. Und hau... Pass um so besser. Und na los, na los, na los, na los. Oh Mann, wenn ich ehrlich bin, das ist echt ein bisschen zu klein für mich. Was findest du wirklich? Ach, komm schon. Oh nein, das ist echt zu klein für mich. Ich trainiere lieber so. Ich werde mir gleich das Große dort holen, Leia. Und dann werde ich am großen Brett trainieren. Ach ja, okay, wie du meinst. Aber ich werde hier beim Kleinen bleiben. Okay, warte ganz kurz, Leia. Ich komme gleich wieder. Oh Mann, Freunde, Leia denkt echt, dass ich stärker als ich ist. Obwohl das gar nicht stimmt. Mal schauen, was ich mir jetzt als nächstes holen werde. Wow, Freunde, schaut euch das mal an. Ich kann mir einfach ein Ultra-Pack holen für nur 699 Robux. Wow, Freunde, schaut euch das mal an. Was habe ich denn jetzt alles? Okay, das wird direkt getrunken. Und kluck, kluck, kluck. Perfekt. Und kluck, kluck, kluck. Ach, perfekt. Und das nächste. Kluck, kluck, kluck. Ach, perfekt. Und noch eins. Kluck, kluck, kluck. Ach, perfekt. Wow, schaut euch das jetzt an, wie groß ich einfach schon geworden bin. Und zack, und zack, und zack. Siehst du das, Oaxi? Ich werde viel, viel stärker als du. Oh ja, ich sehe das. Wo bist du denn genau, Leia? Ich weiß gar nicht mehr, wo du bist. Ich finde ich nicht. Ich bin hier. Warte mal, wieso bist du auf einmal so groß? Oh ja, ich bin riesig geworden. Und schau dir jetzt das an, Leia. Hau, ruck. Und zack, schau dir das an. Ich kann einfach Liegestütze machen. Bam, bam, bam. Was? Wieso bist du denn so groß und stark geworden? Sag mir, dein Ergebnis. Ich bin halt einfach der Größte und der Stärkste. Du weißt doch, woran das liegt. Ich bin halt Oaxi. Oh man, du schummelst doch ganz sicher, oder? Denkst du echt, dass ich schummel, Leia? Äh, nein, auf gar keinen Fall. Schau doch nur, wie stark ich geworden bin. Und warte mal, denkst du, dass ich es jetzt mit der Kuh aufnehmen kann? Hm, das sehen wir ja gleich. Aber warte mal, es beginnt gleich eine Schlägerei. Lass uns da erst mal teilnehmen. Ich will schauen, wie stark du bist. Oh ja, du hast recht. Und danach werde ich auf jeden Fall die Kuh dort vorne fertig machen. Okay, Leia, eine Schlägerei beginnt. Willst du teilnehmen? Nein, da wollen wir, let's go. Okay, wo bist du, hm? Ich bin hier, na los, komm. Oh man, Leia, denkst du echt, dass du eine Chance gegen mich hast? Ich meine, schau mal, wie riesig ich bin. Hm, du hast recht, du magst vielleicht riesig sein. Dafür bin ich aber immer noch schneller. Oh man, das werden wir noch sehen. Tak, tak, tak. Ich werde sowas von gewinnen, Freunde. Nein, ich werde gewinnen. Na los, na los, na los. Okay, Leia, komm her, Mann. Jetzt werden wir mal sehen, wer gewinnt. Oh, komm, Leia, na los. Zack, 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 zack. Nimm das, Mann, nimm das. Aula. Oh man, ey, ich bin erster geworden. Hast du das gesehen, Leia? Wow, du bist so stark geworden. Oh man, Orxy. Oh wow, ich bin total stark. Okay, Freunde. Oh man, wer war das denn? Das gibt jetzt auf jeden Fall Rache. Aber Freunde, denkt ihr, dass ich es jetzt mit der Kuh aufnehmen kann? Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Kuh, 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 wo bist du? Hm, Orxy, ich glaube, die Kuh ist dort in dieses Portal gegangen. Warte mal, in dieses Portal? Stimmt. Ich frage mich echt, was da in dem Portal passiert. Okay, lasst uns da direkt reingehen. Und Freunde, schaut euch das mal an. Wir haben gerade mal 3.000 Stärke und ich bin schon so groß geworden. Ich frage mich echt, was passiert, wenn ich 10.000 Stärke irgendwann habe. Oh man, Orxy, wo man zu gehen? Okay, na los, direkt reingehen. Und, äh, warte mal, ich komme hier nicht rein, Leia. Hm, was? Du bist ernsthaft viel zu groß für das Portal? Oh man, Orxy. Oh ja, ich denke auch. Aber warte mal, dort vorne ist noch ein Portal. Denkst du, dass ich dort reinkomme? Oh ja, ganz bestimmt. Na los, beeil dich schon. Okay, dann gehe ich direkt hier rein. Und, äh, warte mal, Leia, hier komme ich auch nicht rein. Was soll das bitte? Oh, das war nur eine Ablenkung, Orxy. Ja, aber schau mal, ich werde jetzt immer stärker, immer stärker. Äh, warte mal, das war nur eine Ablenkung, damit du weiter trainieren kannst. Oh man, Leia, was soll das bitte? Du bist in der Zeit total groß geworden. Okay, na los, jetzt muss ich noch weiter trainieren. Und, Auro, ich werde viel, viel stärker als du, Leia. Und ja, das glaubst du? Schau mal, ich bin schon fast so groß wie du. Oh man, was soll das bitte, Freunde? Wie konnten sie mich nun so schnell aufholen? Okay, na los, na los, na los. Jetzt wird immer weiter trainiert und eines Tages werde ich der allerstärkste, Leia. Ach ja, weißt du was? Ich werde dich im Nu besiegen. Im Nu besiegen? Oh man, es reicht mir, Leia, Mann. Das war sowas von fies. Na los, bam, 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 Freunde. Ich muss immer mehr trainieren. Ich hab nie die, ich geh schnell zum Laufband. Da kann ich dann noch schneller werden als du. Noch schneller werden als ich? In der Zeit werde ich viel, viel stärker als du. Oh man, na los, na los, Freunde. Aber wenn ich schneller bin, dann kann ich auf jeden Fall ganz schnell wegrennen und nach hinten gehen. Und während ich dann hinter dir bin und dich schlage, kannst du nichts machen. Ach ja, glaubst du das? Oh ja, das glaube ich. Okay, na los. Ich hab schon 1500 Geschwindigkeit. Na, was sagst du dazu? 1500, weißt du, ich hab 2000 Geschwindigkeit. Warte mal, was? Oh man, was soll das bitte, Freunde? Wieso hat sie bitte so viel? Oh, eine Schlägerei beginnt. Sollen wir daran teilnehmen, Leia? Oh ja, lass daran teilnehmen. Ich werde dich sowas von besiegen. Okay, na los. Lass uns da direkt reingehen. Freunde, lass jetzt alle ein Like da. Und zack. Okay, wir sind direkt drin. Leia, oh man, du bist echt gefährlich geworden. Oh nein, oh nein, oh nein. Werde dich sowas von niedermachen? Oh nein, ich werde dich niedermachen. Zack, zack, zack. Komm her, Leia, was soll das bitte? Oh ja, Oxi, jetzt komm schon her. Oh man, ich werde schon herkommen. Aber warte ganz kurz, Leia, schau dir das an. Zack, kannst du das eigentlich auch mittlerweile? Oh ja, natürlich kann ich das. Schau her. Komm her, Ableckung und jetzt komm her, Mann. Oh nein. Warte mal, wie hast du das denn bitte gemacht, Leia? Oh man, ey. Oh man, wir haben uns beide gleichzeitig besiegt. Oh, warte mal, ehrlich. Oh man, ganz ehrlich. Komm her, jetzt bin ich nicht. Aber zack. Wir haben uns wieder gleichzeitig besiegt. Oh Gott, ich glaube, wir sind gerade gleich stark, nicht wahr, Leia? Oh ja, du hast recht. Und darum muss ich immer stärker werden. Na, los, lass, 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 lass. Warte mal, du musst stärker werden. Nein, ich muss immer stärker werden. Und zack, ich werde jetzt das hier heben. Äh, zack, zack, zack. Oh, Ruck, siehst du das, Leia? Bam, ey. Ja, ich sehe das. Warte mal, lass mich mal das ausprobieren. Oh ja, ich mache ganz Schulterübungen. Zack, zack, zack. Und mein Kreuz trainiere ich auch. Freunde, schaut euch das mal an. Bam, 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 bam. Na, siehst du das, Leia? Und zack, lass mich auch das machen. Und zack, zack, zack. Oh Mann, ey, okay, Freunde, Leia ist wieder abgelenkt. Ganz ehrlich, Mann, wenn sie auf einmal so stark geworden ist, dann muss ich halt noch stärker werden. Es reicht mir ab in den Laden. Schaut euch das mal an, Freunde. Ich kann mir nochmal das Ultra-Paket holen für nur 699 Robux. Das gönnen wir uns. Zack, 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 zack. Und boom, ey. Let's go, Freunde, schaut euch das mal an. Schnell austrinken, Leia darf davon gar nichts erfahren. Zack, zack, zack. Das trinken wir. Zack, zack, zack. Das trinken wir. Das trinken wir. Und das trinken wir auch noch. Schau dir das jetzt an. Äh, Leia, was machst du dort vorne eigentlich, wenn ich fragen darf? Ich trainiere natürlich. Wonach sieht's denn aus? Ach so, willst du dich mal umdrehen und schauen, wie stark ich schon geworden bin? Oh Mann, ich bin jetzt einfach gigantisch groß. Oh Mann, wieso bist du denn bitte so groß geworden? Tja, ich bin jetzt einfach gigantisch, Leia. Schau dir das mal, Freunde. Wie sehe ich bitte aus, Mann? Wie krass sieht das aus? Jetzt mal ganz ehrlich. Mann, das ist ja super unfair. Und immer weitermachen, immer weitermachen. Oh, wow, und schaut euch das mal an. Ich kann jetzt auch so trainieren. Oh, warte mal. Hau ruck und hau ruck. Na, siehst du das, Leia? Bam, ey. Und bam, ey. Und zack. Und zack. Mann, ich muss ganz schnell immer stärker werden. Oh ja, ganz genau. Ich werde der allerstärkste. Und einen Moment, meine Freunde. Was ist das denn hier vorne, bitte? Ich kann hier irgendwie auf so einen Stein. Oh, ich kann hier einfach auf einem Stein. Schau mal jetzt, Leia. Und zack. Und zack. An einem Stein. Und zack. Wow, wie machst du das denn bitte? Tja, Leia, ich bin halt der Allerheftigste. Okay, Freunde, wisst ihr was? Ich werde nochmal in den Lärm gehen und schauen, was mir da noch so holen kann. Wow, Freunde, schaut euch das mal an. Ich kann mir einfach x2 Stärke holen. Oh wow, jetzt bin ich aber echt mal gespannt, wie stark ich danach sein werde. Und zack. Wow, Freunde, schaut euch das jetzt an. Ich bin jetzt einfach x2 stark geworden. Warte mal, Leia, du trainierst ja ziemlich gut. Du wirst auch immer stärker, nicht wahr? Oh ja, ganz genau. Ich werde bald stärker sein als du. Das denke ich nicht, Leia. Ich werde viel, viel stärker sein. Freunde, ich muss noch stärker werden. Schaut euch das an. Plus 38 Stärke. Ich muss unbedingt es schaffen, 10.000 Stärke zu haben. Was, oh, ich bin schon bei 5.000 Stärke. Wow, bist du gut. Oh ja, das bin ich schon. Und ich kann auch schon ganz viele Sachen machen. Hauruck und Hauruck und Hauruck. Oh wow, Freunde, ich werde der Allerstärkste. Ich bin gigantisch. Wow, Freunde, schaut euch das so an, wie groß ich geworden bin. Und warte mal, siehst du das hier? Ist irgendjemand Leia, siehst du den? Hm, was? Darf ich sehen? Lass ihn mal in Ruhe. Oh ja, ganz genau. Komm her, Mann. Hast du das gesehen? Ich habe mich einfach besiegt. Oh ja, habe ich. Aber komm, ich muss weiter trainieren. Weiter trainieren. Warte mal, weiter trainieren. Ich haue jetzt auch weg. Leia. Oh Mann, Freunde, das macht echt so viel Spaß. Okay, wisst ihr was? Ich werde es jetzt komplett übertreiben. Ich werde mir jetzt ganz viele Proteinshakes noch holen, Freunde. Na los, zack. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und jetzt noch einmal das dicke Ultra-Paket. Na los, na los, na los. Und boom, ey. Freunde, schaut euch das mal an, wie viele Sachen ich habe. Und Leia ist auch schon total stark geworden. Was? Und zack, und zack. Immer weiter. Ich muss immer stärker werden. Okay, Leia. Weißt du was? Ich zeige jetzt eine Sache, ja? Schau mal hierher. Hm, was hast du denn vor? Schau dir das mal an, Leia. Ich werde dir jetzt etwas zeigen. Schau mal, wenn ich das jetzt trinke. Boom, ey. Siehst du das? Hm, Orxy, was ist das bitte in deiner Hand? Das sind, wie gesagt, Eiweiß-Proteinshakes. Schau dir das jetzt an, Leia. Wenn ich das trinke, werde ich immer stärker. Zack, zack, zack. Und ich werde alles ausdrücken. Bam, 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 bam. Ich werde dir gleich direkt zeigen, was man damit machen kann. Schau dir das mal an. Wow, bist du groß. Ich habe jetzt einfach so 10.000 Stärke. Wow. Wow, Orxy, wieso bist du auf einmal so groß geworden? Woher hast du das? Oh ja, oh ja, oh ja. Das kann man sich im Shop kaufen, Leia. Und schau dir das mal an. Ich habe jetzt einfach die Monsterstärke. Ich kann einfach so ein Fettisch machen. Schau dir das mal an. Äh. Bam, ey. Wie stark ist das bitte? Hä, Orxy, was machst du da? Bam, ey. Hast du das gesehen, Leia? Hm, siehst du das? Siehst du das? Oh, mach doch nicht alles kaputt. Oh, äh. Warte mal. Entschuldigung, Leia. Okay, warte mal. Schaut euch das jetzt an, Freunde. Ich kann immer mehr trainieren. Und ich kann jetzt auch... Ich kann einfach Kopf immer trainieren. Mein Kopf ist sogar im Boden drin, Leia. Siehst du das? Wow, Orxy. Ich glaube, das ist nicht so gesund. Komm halt wieder da raus. Okay, zack. Ich komme dann direkt raus. Auf jeden Fall, Leia. Hol dir das auch. Und dann können wir uns direkt an der Kuh rechen gehen. Jetzt ist es endlich soweit. Okay, ich hole mir das auch. Oh, na los, na los, na los. Wow, Freunde. Wir werden sowas von stark. Ist das das Richtige? Oh, ja. Das ist das Richtige. Los, trink es schon, Leia. Trink es schon, trink es schon, trink es schon. Okay, und. Trink, 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 trink. Sehr gut. Okay, sehr gut, Leia. Ich würde sagen, wir sind bereit. Wir werden uns jetzt an der Kuh rechen gehen. Komm mit. Okay, Freunde. Hier irgendwo muss die Kuh sein. Aber wartet mal. Was ist das hier vorne denn bitte? Schaut euch das mal an, Leute. Ich kann einfach so einen Felswurf machen. Hau ruck mal. Siehst du das, Leia? Siehst du, was ich gerade mache? Oh, das sieht so cool aus. Oh, ja. Siehst du das? Wow, Freunde. Schaut euch das mal an. Ich kann einfach einen riesigen Fels nehmen. So stark bin ich schon geworden. Wenn die Kugel gleich kommen, werden wir sie sowas von besiegen. Wow. Seht ihr das hier vorne, Freunde? Hier sind riesige Laufbänder. Wow, Freunde. Schaut euch das mal an, wie schnell ich jetzt einfach renne. Wow, Leia. Siehst du das? Bap, 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 bap. Ich werde hier noch der Schnellste. Ja, ich sehe das mal los. Mach weiter. Oh, Mann. Ich werde sowas von schnell, Freunde. Und jetzt zack, 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 zack. Okay, ich meine schon, was ich hier noch so machen kann. Also, Felswurf habe ich schon gemacht. Dann war ich da trainieren. Wir müssen unbedingt noch die Kuh finden. Aber was ist das hier vorne, bitte? Hm? Wow, was ist das denn? Bitte schaut euch das mal an, Freunde. Wie riesig bin ich bitte? Zack, zack, zack. Und zack, 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 boom. Und zack, 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 boom, ey. Wow, wow, wow. Leia, siehst du das? Wie riesig werde ich, bitte? Wow, du bist ja gigantisch groß. Na, los, mach immer weiter, damit wir endlich die Kuh besiegen können. Okay, okay, okay. Dann noch einmal aufs Laufband und dann komme ich direkt zu dir. Hast du die Kuh schon gefunden? Hm? Oh ja, die sind alle hier vorne. Schau mal. Okay, ich komme, ich komme, ich komme. Na, los. Äh, hau ruck, hau ruck, hau ruck. Wow, Freunde, ich bin der Allerstärkste. Ich habe schon 12.000. Okay, ab zu Leia. Ich komme jetzt. Ab zur Kuh. Los, los, los. Wow, Leia, ich weiß zwar nicht, wo du bist, aber hier sind irgendwelche Leute. Bam, ey, nimm das. Wow, hast du das gerade gesehen? Ich habe einfach voll viele Leute gerade besiegt. Bam, bam, bam. Nimm alle das. Wo ist die Kuh? Hm? Wo ist die Kuh, Leia? Oh ja, na los, besieg alle, besieg alle. Oh ja, das werde ich auch machen. Ich werde jetzt alle sowas von besiegen. Na los, kommt her. Wo ist die Kuh? Hm, Leia, ich habe sie noch nicht gefunden. Bam, 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 bam. Nimm alle das. Ach, auchi, auchi, auchi. Oaxi, alle kämpfen gegen alle. Na los. Oh, du hast recht. Okay, okay, okay. Na los, na los, na los. Äh, hau ruck. Nimm alle das. Ey, bam. Hast du das gerade gesehen, Leia, was ich gerade gemacht habe? Ja, natürlich habe ich das gesehen und mach schön weiter. Na los, na los. Okay, bam, bam, bam. Wow, schaut mal, wie viele Leute ich besiege. Hier ist ein riesiger Transformers. Den habe ich auch besiegt. Let's go, let's go, let's go, Leia. Wir werden alle sowas von fertig machen. Oh ja, na los, besieg sie alle. Oh man, Freunde. Ich glaube, ich habe die Kuh auch schon besiegt, nicht wahr? Sie ist einfach rausgeliebt. Oh ja, natürlich habe ich das gesehen. Na los. Und die anderen besiegen wir jetzt auch. Okay, na gut, Freunde. Ich würde sagen, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst uns unbedingt ein Like und ein Abo da. Und hier sind jetzt noch weitere megacoole Roblox-Videos eingeblendet. Und ja, Freunde, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Wow, haut rein, Freunde. Na los, klickt alle aufs nächste Video. Na los. Ganz genau, Freunde. Wow, tschüss, Freunde. Wooo. Tschüss. 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 Vielen Dank.